ja hallo in diesem video geht es um zwei sachen zunächst einmal erkläre ich was überhaupt ein kondensator ist bevor wir dann im zweiten teil diese formel für die kondensatorspannung uc herleiten ja das video ist so eine art hilfsvideo es richtet sich also nicht an elektrotechniker oder leute die elektrotechnik studieren sondern mehr an maschinenbauer und chemiker und automatisierungs techniker wenn solche leute also zum beispiel maschinenbauer nämlich meinen kurs regelungstechnik besuchen oder dynamische systeme dann kommt da immer wieder in den elektrotechnik beispielen diese formel hier vor und da wissen die gar nichts mit anzufangen ja und deshalb habe ich so ein so ein hilfsvideo gemacht als vorbereitung als vorbereitung zum kurs regelungstechnik im laplace bereich und als vorbereitung zum kurs operations verstärker und als vorbereitung zum kurs dynamische systeme ja was ist ein kondensator ein kondensator ist so eine art vorratsbehälter als vergleich oder besser gesagt analogie habe ich hier diesen wasserbehälter aufgezeichnet und wenn ich hier den wasser an aufdrehe dann läuft da wasser rein und dann habe ich einen vorrat an wasser ja genauso wenn ich diese batterie hier habe und ich schließe diesen schalter dann fließt ein strom von der batterie also vom pluspol das ist die obere platte dann fließt hier ein strom über den schalter wenn der geschlossen ist durch den widerstand in den kondensator hinein und dann wird der kondensator aufgeladen genauso wie hier der wasserbehälter aufgeladen wird gut der nächste begriff ist die ladung was versteht man unter ladung also ich habe ja gesagt es fließt ein strom wenn der schalter geschlossen wird von der batterie über den widerstand in den kondensator und das zeichne ich mal auf dazu wie sich das mal hier weg so und jetzt zeichne ich mal den kondensator auf allerdings in etwas größer das sind also die beiden kondensator platten so und wenn jetzt der schalter zugemacht wird fließt hier ein strom und da fließen jetzt ladungsträger in die obere platte rein beziehungsweise elektronen fließen dann in die untere platte rein so und die menge dieser ladungsträger das sind jetzt so 20 ladungsträger sag ich mal in der wirklichkeit sind das natürlich trillionen oder wie viel aber diese menge das ist die sogenannte ladung und die wird mit q abgekürzt beziehungsweise groß q ja das versteht man also unter ladung und die ladung das ist so was wie die masse die hier als wasser vorhanden ist wenn ich da viel wasser reinlaufen lasse dann habe ich hier eine große masse wenn ich hier lange zeit ein strom rein fließen lasse dann ist da eine große ladung in den kondensator gespeichert gut also das war die ladung und das kann ich jetzt wieder wegwischen ja die nächste frage ist was kann ich mir unter der kondensator spannung vorstellen die kondensator spannung ist so was wie ein druck in einem wasserbehälter hier habe ich den wasserbehälter ungefähr bis zur hälfte voll gemacht und da habe ich einen bestimmten druck wenn ich den wasserbehälter jetzt doppelt so voll machen würde dann hätte ich hier unten den doppelten druck ja das sagt mir die physik und genauso ist es hier wenn ich hier eine 5 volt batterie habe und ich mache den schalter zu dann lädt sich dieser kondensator auf 5 volt auf das ist sozusagen der druck und wenn ich hier eine 10 volt batterie habe also das doppelte dann lädt er sich auf 10 volt auf dann habe ich den doppelten druck gut ich zeichne mal den kondensator auf dann kann man das etwas besser erklären und zwar zeichne ich den mal etwas größer das sind also die beiden kondensator platten hier in ganz groß gezeichnet jetzt lege ich dann eine spannung an und dann fließt hier ein strom von ladungsträger in den kondensator rein beziehungsweise hier unten sind es negative ladungsträger also elektronen gut das waren jetzt 5 volt wenn ich jetzt statt 5 volt 10 volt anlege da fließt die doppelte menge hier rein so hier auch und da seht ihr jetzt ist es da enger geworden und immer wenn es eng ist dann ist der druck höher das kennt man ja vom konzert wenn das hier menschen sind und ich lasse hier die doppelte menge rein rein in diesem bereich hier dann stehen die ganz dicht beieinander und dann schiebt man und dann drückt man das kann so weit gehen dass man sich gegenseitig erdrückt das war ja bei diesem unglück bei der love parade so da haben sich die menschen gegenseitig erdrückt ja also je mehr da rein fließt je mehr ladung ich da rein presse sozusagen je mehr ladung q die ladung hatten wir q genannt je mehr ladung q ich da rein presse desto enger wird und desto größer ist der druck genauso wie hier die doppelte menge dann ist der druck hier unten doppelt so groß gut also das ist die erklärung für die kondensator spannung uc das ist also so was wie ein druck haben wir gesagt und dann kann ich das hier weg wischen ja als nächstes fragen wir uns wie die beiden größen ladung und kondensator spannung zusammenhängen ja die beiden sind proportional zueinander das heißt die kondensator spannung uc ist proportional zur ladung die in diesem kondensator gespeichert ist das gleiche haben wir hier da haben wir statt einer kondensator spannung einen druck und dieser druck ist proportional zur masse die sich hier in diesem behälter befindet ist ja auch logisch je mehr masse hier drinnen ist desto höher ist der wasserstand und desto mehr wasser drückt von oben hier unten drauf also ist der druck dann auch größer und hier ist es so je mehr ladung ich da rein presse desto höher ist dieser druck also diese kondensator spannung und das habe ich euch ja gerade bildlich gezeigt also auf anschauliche weise ja der druck hier in diesem behälter beziehungsweise am behälterboden der ist allerdings noch von einer anderen größe abhängig und zwar ist der druck umgekehrt proportional zum querschnitt a ja was bedeutet das also schauen wir uns diesen behälter mal von oben oder unten an dann hat er diese form hier das heißt dieser ganze behälter ist so würfelförmig oder quadraförmig ja jetzt mache ich folgendes ich mache den querschnitt mal dreimal so groß die breite mache ich dreimal so groß dann sieht der behälter so aus so jetzt mache ich folgendes ich fülle da die gleiche masse m rein ja weil der behälter jetzt breiter ist fühlt er sich natürlich nur noch so hoch nicht mehr so hoch sondern nur noch ein drittel so hoch ja und wenn ich nur noch ein drittel der höhe habe habe ich auch einen druck p am boden hier der nur noch ein drittel so groß ist das heißt also je größer dieser querschnitt hier ist der ist ja jetzt dreimal so groß das ist von oben gesehen die breite ist dreimal so breit geworden je größer dieser querschnitt ist desto kleiner ist der druck ja weil die masse dann ja nicht mehr so viel nicht mehr so hoch sich auftürmt gut also das haben wir schon mal gelernt und jetzt gucken wir uns an wie das beim kondensator ist da ist es nämlich fast genauso und zwar ist die kondensator spannung umgekehrt proportional zur kapazität des kondensators ja dazu muss man folgendes sagen die kapazität eines kondensators die hängt von verschiedenen dingen ab zunächst einmal natürlich wie groß die kondensator platten sind also so wie hier wieder von dem querschnitt ja also wenn ich da so eine von oben gesehen so eine kondensator platte habe und ich mache die dreimal so groß oder ich habe so eine rechteckige und mache die jetzt dreimal so groß dann habe ich auch die dreifache kapazität ja allerdings ist die sache beim kondensator noch etwas komplizierter die kapazität c hängt nämlich nicht nur von der größe der platten ab sondern auch noch vom abstand und vom die elektrikum ja aber das sind technische details die muss man an dieser stelle nicht wissen wir merken uns einfach dass die kapazität des kondensators so was wie das fassungsvermögen ist ja so was wie hier der querschnitt ist zwar wie ich gerade erklärt habe ein bisschen komplizierter aber kann man sich ungefähr so vorstellen ja und je größer diese dieses fassungsvermögen ist desto kleiner ist die kondensatorspannung ich kann es ja mal aufzeichnen ich habe hier meinen kondensator ich male jetzt mal nur die obere platte so und da fließt jetzt eine gewisse ladungsmenge rein so wie ich hier eine gewisse masse eingefüllt habe so da habe ich einen gewissen druck also eine gewisse spannung so jetzt mache ich hier einen anbau ich mache den dreimal so groß so wie hier bei dem behälter mit wasser dann habe ich hier sechs ladungsträger die verteilen sich jetzt natürlich viel mehr 1 2 3 4 5 6 die sind jetzt weit auseinander also der druck die spannung ist jetzt kleiner wir haben ja gesagt spannung ist sowas wie druck weil die weiter auseinander sind ist der druck kleiner und der druck ist sowas wie die spannung gut haben wir das auch geklärt ja eine kurze zwischenbemerkung öfter werde ich gefragt ob ein kondensator sowas ist wie ein akku ja da muss man sagen im prinzip ja beides sind energiespeicher aber da gibt es drei unterschiede also zum ersten mal kann ein kondensator nur ganz geringe mengen energie speichern wenn ich den für ein handy benutzen würde da könnte ich vielleicht eine sekunde telefonieren dann wird er leer der zweite unterschied ist die art und weise wie die energie gespeichert wird hier ist das im elektrischen feld beim akku ist das auf chemische art und weise gut aber der dritte unterschied das ist der wichtigste und zwar ist das die kennlinie also ich habe hier die ladung q also wie viel energie da gespeichert ist und hier habe ich die spannung so was will ich denn jetzt beim akku haben beim akku möchte ich doch dass egal wie voll der ist ne also egal ob ich viel q viel ladung habe oder wenig ladung habe ich möchte ja immer eine gleiche spannung haben wenn mein handy zum beispiel fünf volt benötigt dann möchte ich einen akku haben der immer fünf volt liefert klappt zwar nicht ganz also wenn der kurz bevor der leer ist geht die spannung runter und der ich habe hier auch so einen kleinen anstieg aber im prinzip ist das eine waagerechte das möchte ich ja auch haben ich möchte zum beispiel immer fünf volt haben für ein elektrisches gerät so jetzt habe ich hier einen kondensator da ist das ganz anders beim kondensator ist die spannung proportional zur ladungsmenge da habe ich ja hier auch aufgeschrieben uc die kondensator spannung ist proportional zur ladungsmenge ja da ist ein linearer zusammenhang und deshalb kann ich an anhand der kondensator spannung immer sehen wie voll der ist also das ist der wesentliche unterschied beides sind zwar energiespeicher für elektrische energie aber die kennlinie sieht ganz anders aus ok gut aber machen wir jetzt hier weiter diese beiden formeln kann man zusammenfassen die kondensator spannung uc ist gleich 1 durch c mal q das gleiche kann man dahinten machen wobei da noch gesagt werden muss der druck ist natürlich noch proportional zur erdbeschleunigung wenn ich auf dem mond bin ist der druck natürlich geringer weil ich da weniger anziehungskraft hat gut also fassen wir das hier auch zusammen da haben wir also dann der druck und der ist gleich masse mal erdbeschleunigung andersrum hatte ich glaube ich geschrieben ich hatte geschrieben erst 1 durch a also wie hier dann habe ich hier die masse und dann habe ich hier die erdbeschleunigung ok ja als nächstes fragen wir uns wovon die ladungsmenge q die hier in diesem kondensator ist wovon die ladungsmenge q abhängt ja wie viel ladung q da drinnen ist hängt natürlich davon ab wie groß der strom war der da geflossen ist und wie lange dieser strom geflossen ist wenn der strom lange geflossen ist ist da natürlich mehr drin genauso wenn es ein großer strom war ja also q ist proportional zu i und zur zeit t das schreiben wir jetzt mal auf die kondensator spannung uc ist gleich 1 durch c und q ersetzen wir jetzt einmal durch den strom i also es hängt davon q hängt davon ab von i wie groß der strom war der da rein geflossen ist und wie lange dieser strom geflossen ist die zeit t ja und die zeit können wir aber anders schreiben das schreiben wir als t2 minus t1 also wenn der strom von t1 bis t2 geflossen ist dann muss ich das mit den strom hier multiplizieren das ist die zeit t zwischen t1 und t2 ist der strom geflossen gut das gleiche machen wir da drüben der druck p ist gleich 1 durch a so und wovon hängt es jetzt ab wie viel masse wasser da rein geflossen ist ja das hängt davon ab wie groß der massestrom war also masse pro zeit das schreibt man so der punkt bedeutet pro zeit wie viel masse pro zeit da rein geflossen ist ein großer massestrom den habe ich wenn ich den hahn hier weit aufdrehen kleinen massenstrom habe ich wenn ich den hahn hier fast zu drehe ja also hängt ab von massenstrom und natürlich auch wieder von der zeit t2 minus t1 minus t1 und zusätzlich noch hier haben wir eben noch die dritte größe die erdbeschleunigung okay ja die letzte umformung also q gleich i mal t2 minus t1 die müssen wir auch noch mal grafisch aufzeichnen die brauchen wir gleich noch mal das sieht dann folgendermaßen aus ich habe hier die zeit t hier habe ich diesen zeitpunkt t1 hier habe ich den zeitpunkt t2 und während dieser zeit ist der strom i geflossen und diese fläche das entspricht jetzt hier der ladungsmenge q habe ich ja auch da reingeschrieben oder ich mache es mal ein bisschen dicker die fläche hier ist die ladungsmenge q also i das ist diese seite des rechtecks t2 minus t1 das ist diese seite des rechtecks wenn ich die beiden multiplizieren hier grafisch dann bekomme ich q raus das ist diese fläche hier gut jetzt wäre diese formel hier schon vollkommen perfekt aber die hat einen kleinen nachteil ihr seht ja hier wird vorausgesetzt dass der strom i während diesen beiden zeitpunkten hier immer konstant ist ja das habe ich aber in den wenigsten fällen zum beispiel hier habe ich das auch nicht wenn ich den schalter zu mache dann fließt erst ein großer ladestrom und der wird dann immer geringer das sieht dann hier so aus der geht dann gegen null ja aber so dass so ein strom immer konstant ist hat man relativ selten deshalb müssen wir dann noch eine kleine änderung vornehmen ja also wir haben jetzt folgendes problem zunächst einmal grafisch ich habe ein strom i ich habe hier die zeit t und dieser strom der fließt wieder zwischen t1 und t2 allerdings diesmal ich mache es mal ein bisschen größer das ist t1 ich glaube man kann es schlecht lesen das ist t2 allerdings fließt dieser strom jetzt hier zum beispiel sagen wir mal so ja gut also die ladungsmenge q ist wieder diese fläche hier aber ich habe da aber ich kann nicht sagen wie groß der strom ist weil der wechselt immer das heißt ich weiß natürlich schon wie groß der strom ist aber der strom ist kein konstanter wert das meine ich damit der strom ist jetzt eine funktion der zeit ja und deshalb kann ich die formel nicht nennen nicht nehmen denn diese formel gilt ja nur für konst für einen konstanten strom i ja und deshalb muss ich aus dieser formel noch eine zweite formel herleiten ja machen wir das mal also ich habe hier also u c mein u c ist gleich 1 durch c so mal q aber q ist wie gesagt jetzt kein rechteck hier also nicht i mal t einfach sondern mein q ist jetzt hier ja so eine fläche die von einer kurve begrenzt wird oder anders ausgedrückt das ist ein integral ja da müsst ihr also jetzt wissen was integral rechnung bedeutet oder das video geguckt haben integral rechnung lernen in 20 minuten da erkläre ich das also das ist ein rechteck das ist eine fläche die von einer kurve begrenzt wird also ein integral und mein q habe ich ja reingezeichnet mein q ist also jetzt gleich einem integral also schreibe ich hin mein q hier oben ich leite aus dieser formel ja jetzt eine neue her erst habe ich die her geleitet jetzt kommt die mein q ist also diese gleich dieser fläche und diese fläche ist ein integral weil es von einer kurve begrenzt wird und zwar das integral von t1 bis t2 wieder t1 bis t2 so und die fläche ergibt sich indem ich den strom über der zeit integriere also i von t mal dt ja und das ist jetzt die formel hier die rahm ich mal ein die wir im kurs regelungstechnik und dynamische systeme immer wieder bei der modellierung von technischen systemen gebrauchen werden falls da ein kondensator drin vorkommt gut das gleiche könnte man jetzt noch da drüben machen als analogie also ich habe wieder mein druck p der ist gleich 1 durch a und das g kann ich schon mal hier hinten hinschreiben aber meine masse m was ist jetzt meine masse m meine masse m ist gleich den integral von t1 bis t2 wenn ich den massestrom über der zeit integriere und das g kann ich jetzt mal noch ein bisschen dahinter ein bisschen näher hinschreiben ja also ich habe einen massestrom m punkt ja der wird über der zeit integriert dann erhalte ich eine masse und die masse das integral ergibt eine masse die masse mal der erdbeschleunigung ergibt eine kraft und eine kraft dividiert durch eine fläche ergibt einen druck also zumindest von den einheiten kommt es schon mal hin ja damit sind wir am ende ich verabschiede mich auf wiedersehen also wissen wir haben wir die ganze zeit ganz schön Untertitelung des ZDF, 2020